Textleistung Freunde der Hörunterhaltung, hört, hört, horcht, horcht. Wir sind wieder da, textlastig, Simon und Falk. Guten Tag. Joe. Wir, oder ich höre mich jetzt gerade mitgenommen an. Das liegt daran, dass wir uns durch einige Dokumente gewühlt haben, wie es jetzt hier weitergeht mit dem Schattenweg. Und wir sind nicht erfreut. Ja, oder sagen wir eher verwirrt. Also in der letzten Folge haben wir ja eigentlich, was ich eine sehr coole Idee finde, haben wir mit diesem Mensch da oder mit diesem komischen schwarzen Hansi da gespielt. Und er hat sein Spielbrett auf den Boden gelegt und dann konnte man da irgendwie Tierchen falten, so ein bisschen Pokémon-like und die gegeneinander kämpfen lassen. Eigentlich eine coole Idee. Bis der seinen Drachen rausgeholt hat. Einen Drachen. Nicht seinen Drachen. Und dem kann man nicht so viel entgegensetzen. Jetzt haben wir uns da hinreisen lassen, mal in die Hilfe zu gucken. Weil uns nicht ganz klar war, was jetzt von uns erwartet wird. Und da ist die Lösung, sag ich mal... Die Lösung bestätigt unsere Angst. Ja. Also ich sag mal so. Wir kennen ja alle die Geschichten von, hier, David und Goliath. Also das hat auch kleine Sachen, große Sachen umhauen können. Aber selbst wenn wir darauf gekommen wären, dass wir etwas sehr Kleines falten, dann wäre ich jetzt eher davon ausgegangen, dass wir es mit einer Ratte probieren oder sowas. Ein Tier halt, wie es halt da steht. Ich mach das mal übrigens ganz kurz. Falte Papier zu Ratte. Vielleicht... Nee, Ratte ist in dieser Geschichte nicht notwendig. So. Mach mal Maus. Mach mal Maus, ja. Kann ja sein, dass man da einen Hinweis bekommt. Ja, okay. Eine Maus habe ich so. Leg Maus auf Brett. Das probiere ich gerade mal aus. So. Ja, allerdings... Ach guck, er hat einen Koala gefaltet. Aber der Koala haut die Maus vom Brett. Naja, so Falk, dann lösen wir uns doch mal auf, was die Hilfe uns rät, was wir falten sollen. Also laut Hilfe sollen wir das uns wohlbekannte Tier Pest falten. Also ich weiß nicht, die Pest, ich meine, ist ja... Ist ja nur kein Tier. Also sie wird von Tieren übertragen, aber... Ja, also... Ist ein bisschen albern, ne? Also... Weil es halt noch dasteht, dass der Typ sagt ja noch am Anfang hier... Falten Tier. Wir falten Tiere und die kämpfen dann gegeneinander. Gut, Dämon kann man sich jetzt schon streiten, ob das ein Tier ist, aber... Ja, ich... Ein Fabelwesen im Notfall. Ich weiß nicht, wie soll man darauf kommen? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, der Junge hat ja noch erwähnt, dass diese... Dazu kommen wir ja noch später, ne? Dass diese Spielwelt irgendwie was Magisches an sich hat. Ja. Ähm, ja, aber auf Pest wäre ich also im Leben nicht gekommen. Da gibt's auch überhaupt keinen Hinweis, ne? Nee. Also weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man das hier 20 Mal probiert, vielleicht sagt er dann ja irgendwas. Sowas wie, Gott sei Dank faltet er keine Krankheiten oder so. Aber selbst wenn, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht auf Pest gekommen. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht irgendwann schon, aber ich hätte's wahrscheinlich nicht ausprobiert, weil es heißt ja, dass wir Tiere falten sollen. Ich hätte lieber meine Tastatur geschont und es nicht ausprobiert. Also wir machen das einmal, ne? Falte, Papier zu Pest. Ich muss gerade nochmal gucken. So. Jetzt haben wir eine Pest gefaltet. Und jetzt muss man, also wir hoffen, ihr nehmt es uns nicht übel, dass wir die Hilfe zur Hilfe nehmen. Aber ansonsten, weiß ich nicht, das ist dann weder für uns noch für euch unterhaltsam. Und wir wollen ja, ja, wir wollen ja möglichst unterhaltsame Podcasts produzieren, nicht? Episoden übrigens. Podcast ist, äh. Podcast-Episoden. Sind alle Folgen als Ganzes. Ja, das gilt ja. Meine Aussage ist ja nicht falsch. Wir wollen ja ausschließlich unterhaltsame Podcasts machen. So. Falte, Papier zu Pest. Und jetzt muss man die Pest auf das Brett legen. Mhm. Also leg Pest auf Brett. Hätte auch nie gedacht, dass ich so einen Satz mal schreibe, ne? Und es katapultiert sich, ich glaube, so viel darf ich verraten. Es katapultiert uns von 65 auf 75 Completion Rate. Oder wie sich sowas nennt. Ja. Okay. Der Mann faltet einen Drachen und stellt ihn auf das Spielfeld. Spielbrett. Und er erwartet, äh, und er erwacht zum Leben. Meine Güte. Schwerer Satz. Der Mann oder der Drachen? Dann stutzt er und betrachtet das Szenario von allen Seiten. Das gibt es doch nicht, sagt er. Was habt ihr denn gefaltet? Er kratzt sich nachdenklich am Kopf, als sein Drache plötzlich grüne Punkte bekommt. Die grünen Punkte werden erst gelb, dann rot. Der Drache schwankt und sieht immer mitgenommener aus. Er schwitzt und schüttelt sich. Er stolpert, er stürzt und er fällt platt wie ein Blatt vom Spielbrett. Was habt ihr getan? Brüllt der Mann aus, sah sich verzornen, als er eure List erkennt. Mit einer wütenden Geste nimmt er den Drachen, zerknüllt ihn und steckt ihn in die Tasche. Kurz bevor er ins Sakehaus stürzt, fällt eine Art Rolle aus seiner Tasche. Der Fortschritt hat sich gerade um 10% erhöht. Ey, um was haben wir jetzt eigentlich gespielt? Ums Spielbrett. Echt jetzt? Ja, ich glaube, diese Stelle ist im Spiel nicht so direkt als Task erwähnt. Also man muss ja dann irgendwie, ja gut, haben wir ja auch so bedingt irgendwie dann gefunden, wie es weitergeht. So, ich untersuche jetzt mal die Rolle. Auf der Schriftrolle befindet sich eine ohralte Beschreibung, wie man eine Drachen faltet. Also hat der die auch nur irgendwie abgecheckt? Nimm Rolle. Lies Rolle oder was? Lies Rolle. Ihr studiert die Schriftrolle aufmerksam. Die Zeilen sind an eine ohralten Schrift, in eine ohralten Schrift geschrieben. Eine Stunde vergeht, in der ihr fieberhaft lest und versucht, die schwierigen Faltungen zu erlernen. Schließlich fühlt ihr euch bereit, es einmal zu versuchen. Okay, Falte. Was hatten wir? Pest, ne? Ja, warte, 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 warte. Warum sollten wir jetzt überhaupt irgendwen falten? Geiler Scheiß. Falte. Mit eurem ganzen Können faltet ihr die Pest zu einem Drachen. Der Satz allein ist schon. Der ist schon geil, ne? Es hat schon was. Es ist goldig. Auch so, leg Pest auf Brett hat was, finde ich. So, und jetzt kommt der nächste Schritt, auf den wir irgendwie nicht so richtig gekommen wären. Naja, so halb, halb, ne? Ne, aber guck mal, also das Brett ist magisch. Okay, einmal gecheckt. Und es ist ja darauf hingewiesen worden in der letzten Episode, dass die Bauern, die am Anfang auf dem Brett zu sehen waren, jetzt irgendwie weg sind. Genau, und zusammen mit dem, was der Junge im, was war das, Lagerhaus, ne? Da erwähnt hat. Okay, kriegt man hin. Das Brett ist irgendwie magisch und tatsächlich irgendwie mit der Umgebung oder mit der Landschaft, mit der man vorher rumgelaufen ist, irgendwie verknüpft, ne? So, meine Vermutung jetzt mit diesen Informationen wäre gewesen, dass wir auch aus Papier sind. Also, weißt du, dass sich dieses ganze Ding wie in so einem, in so einem schönen Buch abspielt, was man, wenn es aufschlägt und dann faltet sich das einem so entgegen, ne? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und, dass sich jetzt herausstellt, dass zum Beispiel diese ganze Geschichte nur, ähm, ja, jemand ausgedacht hat. Also, dass da jetzt zum Beispiel jetzt jemand gerade durch dieses Buch blättert und sich so vorstellt, wie da das alles passiert und wir sind auch nur ein Papier, hein. Das wäre jetzt so mein, mein Eindruck gewesen, so. Spoiler, so ist es nicht. Ja. Das wäre ja auch komisch, sag mal. Also, laut Hilfe, was, was, Falk, erklär uns doch mal auf. Okay. Also, soll ich alles vorlesen, damit, ähm, ja, schon, oder? Weil es sind ja auch nur so Halbsätze, die da als Tipps gekriegen sind. Ja, oder erklär es halt einfach. Also, alles komisch. Genau, also, man soll das Spielfeld genau betrachten. Man soll... Ich untersuche das nochmal. Untersuche... So, und da steht, an den Rändern sind Osten, Süden, Westen eingelassen. Okay, gut. Warum nicht? Genau, genau, genau. Und die Landschaft ist irgendwie aus Papier drauf, ne? Ja, aber ich meine... Was man jetzt laut der Hilfe anhand der geflohenen Menschen, also der Bauern, was wir letzte Folge gesagt haben, und aufgrund des Gesprächs mit dem Jungen aus der Lagerhalle erkennen soll, das haben wir ja zum Teil auch, ist, dass eben diese Papierwelt ein kleiner Ausschnitt aus der, ich nenne es mal, echten Welt. Ja, okay, gut, das macht Sinn, ja. Das kann man noch erkennen, bestimmt. Ich kann mich tatsächlich aber jetzt, äh, wie wird denn diese Welt auf dieser, äh, da beschrieben? Es wird ja bloß beschrieben, dass da irgendwie ein paar Landschaften in Papier nachgeformt sind, ne? Mehr wird ja, glaube ich, nicht geschrieben, ich weiß es nicht. Ja, äh, na gut, hier steht, ähm, auf dem Brett ist eine Landschaft aus Papier nachgebildet, hügelig und felsig, mit einem Weg und einem Reisfeld daneben. Also das ist jetzt relativ offensichtlich, ähm, dass es sich wahrscheinlich um das Reisfeld handelt, was hier auch, äh, an dem wir auch vorbeigekommen sind, ja? Das ist ja okay. Okay, also, sie existiert parallel zu der Welt, in der du dich befindest, Gegenstände wechseln zwischen beiden Welten, okay, deshalb kannst du aus Papier echte Gegenstände wie Schlüsselmesser oder Lampen falten, okay, ist so, die Gesamtgeschichte macht dadurch mehr Sinn, macht, ist, ist, ist okay. Mit Lebewesen geht das nicht, sie bleiben Abbilder aus Papier, okay, haben wir ja mit dem Mann da gerade ausgebettelt. Hä? Aber, und jetzt kommt der Punkt, das Spielbrett ist wie ein Tor zur Parallelwelt, du kannst das Spielbrett nicht mitnehmen, es aber in eine bestimmte Richtung schieben. So, und das ist jetzt auch so eine Sache da, äh, ja, okay, also. Man muss fairerweise zugeben, vielleicht müsste man mal ausprobieren, nimm Brett. Das hab ich ja schon mal gemacht. Hast du das? Also, als ihr die Hand ausstreckt, um das Spielbrett aufzuheben, verformt sich die Papierlandschaft darauf. Ihr zieht die Hand erschrocken zurück und die Landschaft nimmt wieder ihre Ausgangsform an. Ja, okay. Also, es ist immer so, wenn man das weiß, wie das da in der Hilfe steht, dann kann man sich das jetzt zusammenreiben, aber, äh, gerade auch das, ihr zieht die Hand zurück und dann formt die Landschaft sich zurück. Da, weißt du, das Brett schiebt sich ja, also. Also, so wie wir, das klingt jetzt vielleicht doof, aber wir sind ja auch in der Spielindustrie irgendwie so ein bisschen und, äh, also wir hätten das dann wahrscheinlich irgendwie so gemacht, dass sich die erste Erfahrung mit einer verändernden Spielwelt sich direkt in deiner näheren Umgebung abspielt. Ja, vor allem. Weißt du, was ich meine? Also, du machst was auf dem Spielbrett und im Hinterhof oder das Sakehaus, was direkt nebenan ist, verändert sich irgendwie oder sowas. Weißt du, was ich meine? Na gut, wir verändern ja nicht die Welt, ne? Also, nein, ich weiß, weil du jetzt, weil wir jetzt ja vorhin sagten, ähm, wir haben ja mit dem, dem ersten Drachen oder was, äh, in der letzten Folge, mit dem ersten Erscheinen des Drachens haben wir ja, äh, die Menschen verscheucht. Ja. Das ist jetzt irgendwie nicht, irgendwie hab ich's verpeilt. Ja, aber das, ich mein, das haben wir ja so, so ein bisschen so erahnt zumindest, weil ja diese, wir haben ja gekämpft und dann sind die, sind die Bauern weggelaufen. Aber, dass man das Brett jetzt rumschieben kann und dann sozusagen einen anderen Ausschnitt der Karte dann dort hat, das finde ich ja schließlich wahr. Ja, es ist, so ist zumindest, äh, also offensichtlich uns beiden, war jetzt das so richtig klar. Also, mir wäre auch ohne die Hilfe jetzt nicht ganz klar gewesen, dass das, dass, dass die Papierwelt eine Parallelwelt sein soll. Hm, ja, mir auch nicht. Das meine ich ja damit, ja. Also, keine Ahnung, na gut. Also, wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie, ist auch die Frage, warum machen wir das eigentlich? Ach so, genau. Man kann also dieses Papierbrett, äh, hin und her schieben und dann via, äh, Papierdrachen zum Beispiel interagieren in dem Sinne, dass alles, was dort gerade ist, sieht dann halt einen Drachen. Also, dieser Drache ist dann real anscheinend dort. Deswegen sind die Bauern ja weggerannt, ne? Genau. Und unser Ziel ist es ja immer noch, das hat ja diese Frau Midori, äh, uns gesagt, wir sollen verhindern, dass eben diese Burg abgerissen wird. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen halt, äh, äh, die, die, die Soldaten und den, ja, wie heißt der, Hed Honjo hier, Johnny? Ja, Daimyo. Daimyo, genau, den, den, den Landesfürsten da, äh, verjagen irgendwie oder zum, zum, zum Gehen zu reden. So. Und das macht man am besten mit einem dicken, großen Drachen. Richtig. Und wir haben jetzt ja gelernt, wie das geht. Richtig. Das heißt, wir nehmen nicht das Brett, sondern wir schieben das Brett. Genau. Schieb, Brett, Brett. Und dann? Ihr schiebt das Spielbrett an und die Papierlandschaft darauf verformt sich. Verzeihung. Erschrocken zieht ihr die Hand zurück. Vielleicht, so kommt es euch in den Sinn, könnt ihr es in eine bestimmte Richtung schieben. Okay, so. Also, hätte man jetzt eingegeben, schieb, Brett, hätte man jetzt alle Informationen, die man braucht, nur, wer schiebt denn hier so ein Brett einfach rum? Also, warum muss ich erst da drauf kommen? Ja, ich, jetzt, wie gesagt, also, wir sind jetzt ein bisschen versaut durch die Auflösung, aber zugegebenermaßen, mir fällt es schwer, das ein oder andere, ich, ich behaupte mal, ich wäre nicht drauf gekommen. Ich auch nicht. Ähm, jetzt, jetzt ist es so, wir nehmen jetzt einfach mal an, keine Ahnung, ich das Ganze rumgeschiebe, wer weiß, was das jetzt zeigt, aber wahrscheinlich ist es immer noch auf Reichsfeld zentriert. Und wenn wir jetzt mal auf diese Karte gucken, die wir ja mitgeliefert bekommen haben, dann sieht man, dass wir jetzt im Südosten, ja, da ist eine Straße und davon weiter im Südosten ist eine Hügelkette. Und da ist der Daimyo drauf, mit seinem dicken Zelt, wo wir ja nicht mal rein dürfen, ne? So, und wenn wir jetzt schreiben, Schiebbrett nach Südosten, genau, jetzt, jetzt rutschen wir da hin und jetzt, jetzt sehen wir eine Straße. So, und wenn wir jetzt das nochmal machen, Du musst das schon vorlesen, das Brett rutscht ein Stück weiter nach Südosten und die Papierlandschaft darauf verändert sich. Sie zeigt jetzt die Straße. Genau, so, und jetzt habe ich das nochmal geschoben nach Südosten. Das Brett rutscht ein Stück weiter nach Südosten und die Papierlandschaft darauf ändert sich. Sie zeigt jetzt die Hügelkuppe. Und da ist ja der Daimyo drauf, mit dem Zelt. Und seine Armee. Und die Armee. Und jetzt stellen wir den Drachen da drauf. Stell, Drache, auf, Brett. Genau. Und jetzt kommt ganz viel Text. Ihr stellt den Drachen auf das Spielbrett und in diesem Moment fangen seine Schuppen aus Papier zu funkeln an. Der Drache speit Feuer. Er brennt das große Zelt nieder und scheucht die Papiersoldaten vor sich her, als wären es lästige Fliegen. Die Soldaten springen einer nach dem anderen vom Brett bis auf eine kleine, unscheinbare Figur, die vor dem großen Drachen auf die Knie fällt. Ihr blickt genauer hin und erkennt in der Figur ein täuschend echtes Abbild des Daimyo. Der Drache und der Daimyo schauen sich einen Moment lang an. Dann senkt der Daimyo ergeben den Kopf und verlässt das Spielbrett. Die Schlacht ist beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Und der Fortschritt hat sich gerade um 10% erhöht. Sind wir jetzt bei 85%. 85%, genau. Interessant, ne? Das heißt, der Daimyo, der muss relativ schnell rennen können, wenn der so schnell das Spielbrett verlässt. Das ist ja ein relativ großes Gebiet, was man da sieht. Da ist er ganz schön gerannt vor unserem Drachen. Der Daimyo. Gut, das ist jetzt erstmal nicht schlecht. Das bedeutet, wir können jetzt wahrscheinlich erstmal gar nichts zum Daimyo. Wir hatten das ja probiert, aber... Ne, der ist jetzt scheinbar, also laut Text ist der weg. Genau, der ist halt weg. So, was ganz schön ist... Seine Armee auch. Seine Armee auch. Was ganz schön ist, für die, die das jetzt noch spielen wollen, müssen wir da ja nicht sagen, wie genau. Aber es gibt halt auch noch eine andere Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen mit der Armee und so. Und das finde ich ganz cool, dass es da mehrere Lösungswege gibt. Das tatsächlich muss ich zugeben. Ein Teil davon haben wir ja gemacht, ne? Genau. Aber pscht. Wir wollen ja nicht jetzt... Achso, wollen wir das nicht verraten? Nö, nö. Das ist ja auch gut. Falls jemand noch spielen will. Nicht wahr. So. Das haben wir jetzt gemacht. Dann ist ja jetzt eigentlich alles klar, oder? Dann können wir doch jetzt eigentlich zur Burg gehen und sagen, ey, alles cool. Schon. Gut. Versuchen wir es einfach mal, würde ich sagen. Na, wollen wir vielleicht nochmal das Brett bis zur Burg schieben? Einfach nur, um sicherzustellen, dass da niemand ist, der da nicht hingehört? Also, in der Hilfe, ne? Da steht ja jetzt, schieb das Brett zur Burg, aber... Achso. Aber um erstes zu sein, wüsste ich jetzt nicht, warum. Das sind doch unsere Kumpels, oder? Sind's? Da bin mir nicht so sicher. Eigentlich. Nicht, wenn da schon Leute reingegangen sind, um es abzubrechen. Also abzudingsen. Na, ich sag mal, gut, dann folgen wir jetzt einfach mal. Ja, lass uns... Kostet uns da nicht viel. Also schiebe Brett. Wir können ja auch den Drachen eigentlich erst runternehmen, bevor wir es schieben. Ach, nö. Nö, wenn dann richtig, ne? Also schiebe Brett nach Osten. Das Brett rutscht ein Stück weiter nach Osten und die Papierlandschaft darauf ändert sich. Sie zeigt jetzt Ebene. Okay, also einmal noch nach Osten. Ui, ui, ui. Oh, schon wieder Text. Siehst du? Und schon wieder 10 Prozent mehr. Jetzt sind wir bei 95 Prozent. Simon, wir haben es fast durch. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf den Text, ne? Weil erklärt sich mir das nicht so. Also das Brett rutscht ein Stück weiter nach Osten und die Papierlandschaft darauf ändert sich. Sie zeigt jetzt den Hof. Der Drache sorgt für einige Verwirrung auf der Papierburg. Die winzigen Figuren rennen erst panisch hin und her, aber der Drache legt sich mitten im Hof hin und bettet seinen Kopf auf einem Heuballen. Ah ja, der ist auch, ja. Schritt für Schritt trauen sich die Figuren näher an den Drachen, bis ein Mutiger nach vorne tritt dem Drachen, den Hals streichelt. Äh, okay. Der Drache schnurrt leise. Der Beschützer der Burg ist heimgekehrt. Gut gemacht, Isamu, denkt ihr und hakt im Stillen Frau Midoris Wünsche als erledigt ab. Doch nun kommen die Zweifel zurück, stärker als je zuvor. Wie habt ihr das verantworten können, die Frau Fürst Mitsunaris und geliebte Tochter der Yoshitakas alleine durch den Wald irren zu lassen? Was, wenn ihr etwas passiert ist? Ihr müsst ihr schnell hinterher sie einholen und dafür sorgen, dass sie sicher heimkommt. Okay, also, ähm, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Das, du Drachen, du, äh, aber gut, ja. So, ähm, ja, also, hä, wir müssen die Frau einholen, aber wo ist denn die? Ah, genau, pass auf, das steht hier auch in der Hilfe. Äh, ich leite dich jetzt einfach mal, weil darauf kommen wir sowieso nicht. Wir sind ja jetzt hier im Westen, oder nee, leite du mich mal zur Burg. Wir müssen jetzt zur Burg laufen. Warte mal, was heißt im Westen? Wir sind im Hinterhof. Stimmt, wir sind im Hinterhof. Also, wir müssen jetzt erstmal raus da. Richtig, nach Westen. Genau, so, und jetzt raus hier, das ist also auch Westen, ne? Ah, Moment, Moment, Moment. Einer der Kartenspieler zieht euch auf die Seite. Also, wir sind jetzt im Sarkerhaus, ne? Ah, stimmt. Hey, flüstert er. Der Mann von vorhin ist wohl ziemlich verärgert gewesen. Was habt ihr denn mit ihm angestellt? Er hat mehrere Stühle umgeworfen und ist dann nach draußen gerannt, geradewegs die Straße nach Yamato hinunter. Ah ja, das ist auf der Karte unten rechts, ja. Ja. Ich bin froh, dass es so gekommen ist, denn ich kann das Inoru-Pack nicht ausstehen. Hm, okay. Schade nur, dass das Spielbrett, das er dabei hatte... Ach nee, schade nur um das Spielbrett, Entschuldigung. Mein Großvater hat mir erzählt, dass es Spielbretter gibt, die das Tor zur Papierwelt öffnen. Ich dachte, das muss so eines sein, so wertvoll, wie es ausgesehen hat. Viel Gutes kann man damit bewirken, wenn man es richtig anstellt. Den alten Geschichten nach sollen Papierkünstler sogar einmal einen verirrten Bergdrachen nach Hause gebracht haben. Ja, ja, die alten sagen. Wer weiß, ob da was dran ist. Er wendet sich wieder dem Kartenspiel zu. Ja gut, davon hätte man... Da hätte man dann wohl auch ein wenig was in Erfahrung bringen können. Ja, aber das erklärt sich jetzt aber auch nicht irgendwie. Also, das macht zwar jetzt alles Sinn, weil wir die ganzen Hintergrund-Niveaus haben, aber alleine hätte ich mir das... Wir haben es dann wieder verkackt, Simon. Sag es ruhig. Vor allem... Nee, keine Ahnung. So, na gut. Muss ja auch nicht alles mit der Faust aufs Auge sein. Man kann sich das ja auch irgendwie interpretativ herleiten vielleicht. So, also weiter. Hier... Also, jetzt müssen wir nach Westen in den Hafen. Ja. So. Da weiterhin nichts Besonderes. Okay, dann nach Norden. Dann sind wir an der Küste. Nochmal nach... Nee, jetzt nach Nordosten. Jetzt sind wir an der Ebene vor der Burg. Ja, genau. Und jetzt nach Osten, dann sind wir an der Burg. Der Innenhof ist geräumig. In einem Betracht der kleinen Grundfläche der Burg, die der rauen Umgebung und den steil abfallenden Felsen geschuldet ist. Rings um den Hof verläuft eine Wehrmauer, die innen mit Holzstützen verstärkt ist und über breite Holzstiegen erreicht werden kann. Die oberen Stockwerke sind privat. Gut, da waren wir ja schon. Während sich auf der unteren... Während sich auf dieser Ebene die Räume der Bediensteten befinden. Im Norden die Vorratskammer und im Osten die Stelle. Im Süden liegt der Wachraum und im Westen der große Tor. Ah, jetzt der wichtige Satz. Ein Drache schlummert friedlich inmitten des Hofes. Ja, so. Ja, und jetzt... Streiche, streiche... Richtig, streiche... Das muss man immer erstmal machen. Der Drache ist kalt wie die Nacht. Seine Schuppen sind glatt wie Stahl und seine Schwingen leicht wie Federn. Ihr spürt seinen warmen und ruhigen Atem. Ach, wie süß. Untersuche, Drachen. Der Drache schimmert golden im Dämmerlicht. Seine Schuppen sind so blank, dass ihr euch darin spiegeln könnt. Und seine Schwingen sind beeindruckend groß. Ihr könnt ein bisschen Natto geben. Ihr könnt seine Schuppen mit Natto verkleben. Ja. Nee, genau. Und jetzt muss man auf den Drachen drauf... Drauf gehen? Also betritt Drachen oder was? Nee, reite Drachen. Ach so. Okay. So. Soll ich mal tippen oder was? Ja, mach mal. Kieke mal hier. Ihr versucht auf den Rücken des Drachen zu gelangen, aber ihr rutscht an seinen glatten Schuppen ab. Oh. Als der Drache bemerkt, was ihr vorhabt, senkt er seinen Hals zu Boden und lässt euch aufsteigen. Ihr flüstert ihm zu, dass Frau Midori in Gefahr ist und der Drache erhebt sich in die Lüfte so leichtfertig, als wäre er eine Feder. Mit rasender Geschwindigkeit geht es über Felder, Wiesen, Auen und Wälder, bis ihr schließlich auf einer Lichtung tief unter euch eine weiße Gestalt entdeckt. Die Gestalt ist von mehreren dunkelgekleideten Männern umringt. Ein Feuerstoß des Drachen treibt die Wegelager tief in die Wälder und sie wurden in der Provinz Kie nie wieder gesehen. Dann kehrt ihr mit Frau Midori zur Burg Nagai-na-go-ya zurück, wo ihr unter lautem Jubel empfangen werdet. Sie fällt ihrem Gemahle in die Arme und alles nimmt ein glückliches Ende. Alles? Nun ja, fast alles. Aber das ist eine andere Geschichte. Der Fortschritt hat sich gerade um 5% erhöht. Ihr habt das Ende der Geschichte erreicht. In 593 Zügen habt ihr einen Fortschritt der Geschichte von 100% erreicht. Ich habe 649 Züge. Ich war Effekt, die... Nein, ich habe einfach nur zugehört die ganze Zeit. Ja, also, okay, äh, das, ähm... Gut gemacht, Simon. Ja, ich bin ganz allein draufgekommen. Hä? Das war ein bisschen merkwürdig, aber gut, ist ja immer... Vor allem... So ein bisschen. Simon ist enttäuscht, das höre ich doch schon. Wir... Spricht dich aus, Simon. Ich trinke erst mal. So, also. Jetzt lebt er was. Unser Auftrag war ja, die Frau Midori da rauszuholen. Ja. Wir wissen immer noch nicht, warum eigentlich. Ne? Äh... Wir wissen auch nicht so richtig. Oder wissen wir uns, wer uns den Auftrag gegeben hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir doch festgestellt... Wahrscheinlich wüssten wir das, wenn wir nicht ständig irgendwie eine Woche Pause machen würden. Ne, auf jeden Fall haben wir doch festgestellt, in diesen Briefen, die wir gefunden haben, dass diese Frau eigentlich rechtmäßig da verheiratet wurde. Das heißt, die ist da nicht gefangen auf diese Burg. So. Ähm... Ja, ja, aber unser, unser Chef, also... Ist der Vater oder sowas? Richtig. Das ist ja der, wenn ich das richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Man möge mir verzeihen und mich verbessern. Ist ja der Typ dann draußen auf dem Hügel gewesen. Dein Mio? Dachte ich, oder? Man müsste das Spiel jetzt nochmal anfangen. Sicher? Und der, so habe ich mir, so spinnt sich das mein Gehirn jetzt gerade zusammen. Der hat uns gebeten, weil er diese scheiß Burg abreißen will, wegen des Geschäftsdeals mit den Holländern. Ähm... Soll natürlich, wir sollen natürlich seine Tochter rausholen, weil, äh, die hat er da zwar verheiratet und will die Burg loswerden, aber er will sie natürlich nicht verlieren. Also sollten wir die rausholen, damit er die Burg abreißen kann. Ja, okay, gut, das macht Sinn, ja. Bedingt. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, aber, aber wenn das so wäre, heißt das ja, dass wir jetzt ihrem Vater in den Arsch getreten haben. Ja. Äh, und sie so, naja. Tschüss. Ja. Ähm... Ja, das stimmt. Außerdem ist die... Das gibt's ja öfter. Und dann ist die auch die ganze Zeit am Wegrennen, ey. Das fand ich ein bisschen, also, also vieles, aber das im Speziellen auch, ähm, dass die immer irgendwo hinrennt und man weiß eigentlich nie, wo sie jetzt gerade ist irgendwie und sie rennt irgendwie immer... Vor allem hat ja, der Daimyo hat die ja verhaften lassen und in diese Hütte sperren lassen. Wenn der der Vater wäre, dann sperrt er die doch nicht in die Hütte. Da ist er doch froh, die zu haben. Also, ich glaube, das war schon jemand anderes. Naja, ich glaube, das hat er nicht ganz, ähm, mit ihrem Einverständnis... Nein, mit ihrem eigenen Einverständnis gemacht. Das, verstehst du? Ja, gut, kann sein, aber... Nee, weiß ich nicht. Ähm... Du prangerst das an. Ja. Nee, das ist auch fair. Also, ich finde es echt schwierig, weil ich finde das Spiel, ne, äh, hat ein geiles Setting und geile Spielemechanik. Also diese Idee, dass man hier, äh, äh, was falten kann, ist supergeil, finde ich. Ja, ich finde es auch mit dem Brett cool. Das ist bloß ein bisschen... Das mit dem Brett ist auch geil. Das ist nicht ganz logisch und so ganz cool erklärt, finde ich. Äh, aber nochmals, vielleicht sind wir einfach nur ziemlich dämlich. Also, für mich muss es gar nicht logisch sein, aber es muss irgendwie glaubwürdig in der Spielwelt funktionieren. Ja, das meine ich ja, das meine ich ja. Und dann halt so erklärt werden. Ähm, das ist supergeil, die Idee, äh, äh, dass man da Tiere falten kann und dieser, äh, 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 dieser, äh, 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 Typ und Kampf und so, das ist richtig geil, aber, äh, 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 es wird halt enorm gestört, ne, durch so eine Sachen wie zum Beispiel die Pestfalten, ja. Also entweder haben wir jetzt was gravierend übersehen oder das ist einfach, ja, einfach keine Ahnung. Eigentlich haben wir damit ja gegen die Regeln verstoßen, ne, weil es hieß ja, wir sollen Tiere falten. Naja, man könnte jetzt ja argumentieren, dass ein Bakterium oder so... Ja, aber das Bakterium ist wiederum nicht die Pest, nur der Überträger. Ja, keine Ahnung. Obwohl, nee, warte mal, ach Gott, ich fände es in die Medizin rein, vielleicht habe ich da auch Unrecht. Ich fände es auch okay, aber da fehlt der Hinweis. Aber was ich halt schade finde, ist einfach, dass es dadurch eventuell vielleicht dazu kommt, dass Leute das halt einfach nicht weiterspielen, was halt schade ist, weil eigentlich ist es halt schon geil. Aber wir hatten jetzt öfters mal das Problem, ja. Und was natürlich auch super, super cool ist, dass es mehrere Lösungswege gibt für manche Sachen. Das ist echt cool. Das stimmt, das ist cool. Man konnte ja das Papier, obwohl ich weiß nicht, ob das eine Alternative war, dass man das Papier von der alten Dame da an dem Wegesrand da gefunden hat. Ich glaube, das waren keine gute Alternative, sondern es war ein Muss, man hat sonst nichts falten können. Richtig, weil man musste ja irgendwo auf auf der Burg da beim beim Fliehen haben wir doch einen Balken gefalten, den wir nicht. Genau. Aber nee, warte mal, das nee, die Alternative war, man hätte noch, glaube ich, den Bauern helfen können. Richtig, richtig, richtig. Zum irgendwie Abschminken und so. Also das ist top. Das ist echt cool. Mehr davon, bitte. Aber was mich halt... Das zum Schluss, glaube ich, da gab's jetzt ja, haben wir ja erwähnt, auch noch ein paar Alternativen, die du nicht erwähnen wolltest. Das ist so rum. Ja, genau. Ja, aber also ich glaube, ich würde es etwas einfacher machen oder etwas klarer noch. Klarer vielleicht. Und ich glaube, mir würde auch gefallen, ja, wenn diese Story noch ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, ist schon... Ja, ist eine Ein-Mann-Geschichte. Ich meine, das ist halt das Problem mit Text-Adventures. Es ist halt schon... Die Zielgruppe ist nicht so groß und deshalb hast du ja auch... Was mich zum Beispiel ab und zu stört, ist halt, dass einfach, ja, Schreibfehler drin sind. Aber ich meine, hast halt auch nicht irgendwie drei Millionen Leute, die das testen können, ne? Also... Ja, na ja, ach da... Das... Ja, das stört mich jetzt nicht so. Ich meine halt nur... Ich fand es jetzt... Ja, weiß nicht, dass mir der Frau Midorin so... Das ist halt für mich nicht ganz so greifbar gewesen, weil die ja immer, immer wegrennt und ich weiß gar nicht, warum und was da eigentlich los ist. Und es ist auch gar nicht so befriedigend, dass wir die jetzt zurückgebracht haben. Und das mit dem Drachen hat sich mir jetzt auch nicht erschlossen, dass man den zurück nach Hause schicken soll und warum jetzt alle so ganz easy sind und denen am Hals kraulen und warum der Drachen jetzt lieb ist und so. Und Daimyo war auch nur so eine Nebenfigur. Da ist es auch nicht so, dass ich denke so, yeah, wir haben ihn beseitigt. Yeah, cool. Weil wir waren uns die ganze Zeit überhaupt nicht sicher, ist der jetzt freundlich oder nicht? Oder was? Ja, also es ist etwas nicht so greifbar. Ja. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Naja, aber trotzdem. Also wie gesagt, coole Setting, ganz tolle Spielmechanik und ja, ist schon cool. Und mal sehen, wir müssen mal gucken, ob es ist eines der längsten Spiele, zumindest an denen wir geknabbert haben. Ich weiß nicht, wie vielte Folge war das jetzt? die... Ich bin mir am ehesten gar nicht ganz sicher. Ich kann mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Die elfte Folge müsste das jetzt sein. Mhm, okay. Ich weiß nicht, ich... Ja, damit könnte es die... die größte sein. Ja, so... Längster. Ja, warte mal, ich schau mal kurz. Nö, und ansonsten, was kann man noch sagen? Weiß nicht, ich glaub, wir haben jetzt alles gesagt. Ja, warte mal kurz, Zorg sind gewesen zehn. Ach ja, Zorg, das war nach Zeiten durch die Höhlen da rum. Das war... Ich find's auf jeden Fall, ich muss es mal hier nebenbei gucken. Ja, also, ich überschlage es, ich hab's auf dem FDP nicht so direkt alles perfekt im Überblick. Äh... Nee, es gibt noch was Längeres. Oder? Ist das ein Fehler? Was war denn die 100... Die 58? Ich guck grad mal... Ich versuch... Ich hatte den Eindruck, dass das Spiel für den, ähm... Grand Prix äh, gemacht wurde. Ich kann es leider nicht ganz einsehen, wie lange daran gearbeitet wurde. Aber... Ah, das haben wir 16 Folgen. Oh Mann. Aber ich glaub, da haben wir noch ein paar Alternativenden durchgespielt. Kann das sein, oder war das ein anderes Spiel? Ach Gott, ich kann mich nicht erinnern. Keine Ahnung. Ja... Es ist ein langes Spiel. Erinnern ist nicht so unsere Stärke. Ja, das stimmt. Ich guck mal... Mensch, ja, schade. 10. Mai 2014. Mich würde einfach mal interessieren, wie lange daran gearbeitet wurde. Weil ich finde, das ist schon sehr komplex. Also, ne, äh, das ist schon, das ist schon ziemlich komplex. Es ist vor allem auch generell recht lang. Also guck mal, du hast den ganzen, die ganze Burg, die untere Etage, die obere Etage, dann musst du zurück zu dem Pferd und da musst du hoch auf dem Turm klettern, draußen drum. Dann triffst du diese Fake-Miduri da oben in dem Turm. Stimmt. Dann musst du aus dem Turm klettern und dann ist ja, dann hast du nämlich mal das Äußere erlebt. Die Sauna. Das ist schon recht lang. Das Spiel auch, ja. Ja, dann der Wald, die Hütte. Also, es ist echt ein sehr großes Projekt. Also, es wurde ja bei uns in den Kommentaren auch schon mal vorgeschlagen, ob wir vielleicht so am Ende als letzte Folge vielleicht dann auch mal mit den Autoren sprechen können. Da können wir jetzt noch nichts versprechen irgendwie, aber vielleicht wäre das mal eine Idee, weil das wäre jetzt schon halt schon mal spannend, irgendwie vielleicht zu erfahren, so, ey, wie lange wurde daran gearbeitet? Das ist ja hier, der Michael Baltes hat das ja gemacht und wie kam es dazu und vielleicht noch so investigative Fragen stellen, wie, warum ist das mit der Pest so schwer? Und so. Also, das wäre ja schon mal interessant, ne? So. Dann müssen wir aber auch mit dem Echo leben können, ne? Ja, also, beziehungsweise kann es ja jetzt sein, dass sich der Michael schon denkt so, ey, man, ey, die erzählen ja einen Quatsch, ich habe da irgendwie noch Texte drin und das ist alles total klar und ihr habt das einfach nicht gecheckt, ihr Idioten. Genau, das meine ich. Vielleicht, vielleicht denkt er sich das und will gar nicht mit uns reden, ne? aber vielleicht, ähm, vielleicht ja doch. Aber weiß nicht, also wir können ja mal, wir können ja mal gucken, ob sich da ein Kontakt herstellen lässt, mal gucken, ob sich das irgendwie einrichten lässt, aber wollen wir jetzt nichts versprechen, aber mal gucken. Also, interessant wäre es. Dennoch sagen, dass das Feedback angekommen ist und wir schauen, was man da machen kann. Genau, aber vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback, vielen Dank auch an den Herrn Baltes für das Spiel, auch wenn wir jetzt viel gemeckert haben, ist auf jeden Fall, also wir, äh, wissen das auf jeden Fall sehr zu schätzen, es ist anscheinend ein sehr großes Projekt, sehr cool und gerade halt diese Idee mit dem Falten, super geil und, und, und das Setting und alles, ja, ist, ist halt top, aber wir müssen halt uns auf das fokussieren, was wir können und das ist halt meckern, ne? Und darüber hinaus nichts. Genau. Nee. Ja, und ansonsten, ansonsten, ähm, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr uns, dass ihr uns auf unseren Schattenwegen bis hierhin begleitet habt und, äh, hoffentlich schaltet ihr dann auch wieder ein, wenn wir dann, ja, mal sehen, was als nächstes kommt, nicht? Nächstes Spiel, Interview, wer weiß. Ich bin ja schon sehr gespannt. Ja? Also bin ich wirklich, ich hab keine Ahnung, was kommt. Wir haben ja keinen Plan, aber ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freu mich immer auf ein neues Spiel. Ja, ja, ja. Vielleicht Lord of the Recon 2. Ja, dann schreib mal. Ja. Na gut, vielen Dank und bis bald. Tschüss.